Die Otter, die Frösche und die Schlange Vor langer Zeit pflegte die Otter, aus einem Fluss zu trinken, den die Schlange überzeugungstreu zu ihrem eigenen erklärte. Deshalb herrschte zwischen den beiden Zwietracht. Sie konnten sich nicht einigen, wem der Fluss tatsächlich gehörte, weil jeder ihn für sein Eigentum hielt. Die Situation wurde immer schlimmer, bis die beiden am Ende den Krieg gegeneinander erklärten. Als die Nachbarfrösche, die seit Anbeginn der Zeit mit der Schlange verfeindet waren, dies hörten, stellten sich sofort auf die Seite der Otter. Bald kam es zur letzten Konfrontation. Die beiden Feinde, die Schlange und die Otter, standen sich gegenüber. Da die Frösche nichts anderes taugten, fingen sie schon frühmorgens an, so laut wie möglich zu quaken. Quak, quak! Es war ihre Art, der Otter zu helfen. Schliesslich gewann die Otter den Kampf und die Frösche reihten sich alle vor ihr, um ihre wohlverdiente Belohnung für die geleistete Hilfe zu erhalten. Die Otter begann aber laut zu zischen. Wie ihr seht, liebe Frösche, ich zahle euch genauso, wie ihr mir geholfen habt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!